Z-Lasic Willkommen zu Z-Lasic, die beste Wahl für Ihre Augenkorrektur. Z-Lasic ist die fortschrittlichste Methode der Augenlaserkorrektur. Die ultrapräzise Technologie ermöglicht die beste und schnellste Wiederherstellung der Sehkraft. Der Eingriff dauert nur wenige Minuten und die meisten Patienten stellen sofort eine markante Verbesserung der Sehkraft fest. Mit Z-Lasic kann eine größere Fläche der Hornhaut korrigiert werden als mit anderen Methoden. Dadurch verbessert sich die Qualität Ihrer Sehkraft, insbesondere während der Dämmerung und bei geringem Kontrast. Z-Lasic läuft in zwei Schritten ab. Zunächst kreiert der Arzt mithilfe eines Femto-Lasers einen dünnen Lappen, den sogenannten Flap. Millionen kleiner Lichtpulse separieren die Hornhaut unter der Oberfläche in zwei Schichten. Diese Pulse überlappen sich und sind bei Z-Lasic bedeutend kleiner als bei anderen Methoden. Dadurch entstehen präzisere Flaps und eine glattere Oberfläche. Sind die Schichten separiert, wird der Flap zur Seite geschoben. Nun wird mit dem Exzimer Laser die effektive Augenkorrektur vorgenommen. Der Laser verändert die Form der Hornhaut gemäß der gewünschten Korrektur. Der Flap wird zurück auf seine ursprüngliche Position geschoben, wo er schnell wieder anwächst. Der ganze Eingriff dauert nur wenige Minuten. Danach können Sie Ihre Augen ganz normal öffnen und schließen. Und innerhalb weniger Stunden ist Ihre Sehkraft wieder hergestellt. Z-Lasic Z-Lasic Die beste Behandlung für Ihre Augen Vereinbaren Sie jetzt einen Termin. bei Z-Lasic Z-Lasic Vielen Dank.